In der jetzigen Lernstrecke geht es um das Thema Grundlagen der finanziellen Bildung. In dieser Lernstrecke geht es darum, Ihnen fundiertes Wissen rund um die finanzielle Bildung an die Hand zu geben. Speziell auf Ihre Bedürfnisse als Zahnärztin oder Zahnarzt zugeschnitten. In insgesamt 15 Lerneinheiten werden wir Ihnen das entsprechende Wissen vermitteln. Eine Lerneinheit entspricht etwa 45 Minuten. Unsere Lerneinheiten können Sie nach Ihrer Freischaltung flexibel wann und wo Sie möchten anschauen. Wir beschäftigen uns unter anderem mit Zahlen, Daten und Fakten zum deutschen Zahnarztmarkt, den Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre und der finanziellen Bildung. Wir zeigen Ihnen auf praktische Weise, welche Anlagemöglichkeiten es gibt, welche Versicherungen sinnvoll sind und erklären Ihnen die Grundlagen der Finanzierung und damit auch die Unterschiede von Finanzierungsarten. Eine Lerneinheit ist dabei immer so aufgebaut, dass ich Ihnen je Kapitel in einem kurzen Video-Intro erkläre, worum es bei der folgenden Lerneinheit geht und womit wir uns beschäftigen. Die Grundlagen der Betriebswirtschaft in der Zahnmedizin. Das ist ein Kapitel, was mehrere Untereinheiten umfasst. In der ersten Sequenz möchte ich Ihnen das Rechnungswesen nahe bringen. Und das folgt jetzt. Im Anschluss folgen meine Tonspur und die Präsentation, in der ich Ihnen die Inhalte anhand praktischer Beispiele näher bringe. Es geht bei der Betriebswirtschaftslehre um die Lehre von wirtschaftlichen, also Punkt 1, organisatorischen, Punkt 2 und finanziellen Abläufen im Unternehmen. Nach der Tonspur fasse ich in einem kurzen Video-Outro die wichtigsten Punkte des Gelernten zusammen. Trocken, sicherlich teilweise langweilig, aber nicht weniger wichtig. Rechnungswesen und die Grundfunktion des Rechnungswesens und dass man ein Grundverständnis für das Rechnungswesen hat, ist unglaublich wichtig, um das Gesamtbild besser zu verstehen. Wenn die Videosequenz der Lerneinheit vollständig angeschaut wurde, werden die Verständnisfragen freigeschaltet. Jetzt stehen fünf Verständnisfragen, die Sie mittels Multiple Choice beantworten müssen, zur Verfügung. Nach erfolgreicher Beantwortung der Fragen gilt die Lerneinheit als abgeschlossen. Für die erfolgreiche Absolvierung aller Lerneinheiten erhalten Sie ganze 15 Fortbildungspunkte. Bei Fragen zu den Lerneinheiten können Sie jederzeit über die Plattform direkten Kontakt zu mir aufnehmen. Die Inhalte der Lerneinheit stehen Ihnen auch nach der vollständigen Ansicht weiterhin zur Verfügung. Sie können also immer wieder auf die Inhalte zugreifen. Ich freue mich darauf, Ihnen die Grundlagen der finanziellen Bildung speziell für Zahnärztinnen und Zahnärzte in dieser Lernstrecke näher zu bringen. Bis bald, Ihr und Euer Christian Henritzi.